WaterID Komparatoren sind die ideale Lösung um flexibel und kostengünstig 24 verschiedene Wasserparameter mit nur einem Basisgerät dem Komparator zu testen. Lediglich die austauschbare Farbdisk bestimmt den zu messenden Parameter. Da die Farbvergleichsskala durchgängig auf der Disk aufgedruckt ist, wird die Bestimmung des Messwertes zum Kinderspiel. In die Küvette wird die zu messende Flüssigkeit plus der entsprechenden Reagenz gegeben und diese dann zusammen mit der zu diesem Parameter passenden Disk in den Komparator eingelegt. Die Disk wird so lange gedreht, bis in beiden Komparatorfenstern identische Farben zu sehen sind. Das Ergebnis wird dann unten rechts abgelesen.